Jetzt erreichen wir Mannheim. Ihre nächsten Fahrtmöglichkeiten ab Mannheim sind folgende. ICE nach München über Stuttgart, Ulm und Augsburg. Abfahrt 21.32 Uhr von Gleis 5. Dieser Zug meldet zurzeit leider 10 Minuten Verspätung. Des Weiteren haben Sie Anschluss an die S-Bahn Rhein-Neckar nach Jamersheim über Ludwigshafen Mitte Schifferstadt und Speyer 21.36 Uhr von Gleis 1. S-Bahn Rhein-Neckar der Linie S1 nach Heidelberg über Mannheim Rangierbahnhof, Mannheim Seckenheim und Mannheim Friedrichsfeld Süd. Abfahrt 21.37 Uhr von Gleis 9. Regionalexpress nach Heilbronn über Mannheim Rangierbahnhof, Heidelberg und Eberbach 21.42 Uhr von Gleis 10b. Regionalbahn nach Mainz über Ludwigshafen Mitte Frankenthal und Worms 21.44 Uhr von Gleis 1 sowie zum ICE nach Saarbrücken über Neustadt an der Weinstraße Kaiserslautern und Homburg an der Homburgsaar 21.48 Uhr von Gleis 2. Diese Zug meldet zur Zeit leider ca. 5 Minuten Verspätung. Wir verabschieden uns von allen Reisen, die in Mannheim aus und umsteigen. Achtung, Englisch. Vielen Dank für Ihre Reise mit der Deutschen Bahn. Über Ihre entstandenen Unannehmlichkeiten möchte ich mich nochmals bei Ihnen im Namen der Deutschen Bahn entschuldigen. Wir wünschen Ihnen dennoch einen angenehmen Abend. Ladies and Gentlemen, at 9.14 Uhr, Sie will be arriving in Mannheim, in Mannheim, Ukraine, herzweir, to ICE, herzweig, to Munich, Central Station, via Stuttgart, Ulm und Augsburg, departing at 9.32 Uhr von Plattform 5. This train is at the moment, 10 minutes delayed. Suburban train, 3 to Germersheim, via Ludwigshafen, City Center, Schifferstadt, and Speyer, departing at 9.36 Uhr von Plattform 1. Suburban train, line S1, to Heidelberg, via Mannheim, Rangierbahnhof, Mannheim, Seckenheim, and Mannheim, Friedrichsfeld, South, departing at 9.37 Uhr von Plattform 9. Local train traveling to Heilbronn, via Mannheim, Rangierbahnhof, Heidelberg, and Eberbach, departing at 9.42 Uhr von Plattform 10B. Local train traveling to Mainz, via Ludwigshafen, City Center, Frankenthal, and Worms, departing at 9.44 Uhr von Plattform 1. And ICE traveling to Saarbrücken, via Neustadt, Kaiserslautern, and Umburg, departing at 9.48 Uhr von Plattform 2. This train is at the moment, 5 minutes delayed. We would like to say goodbye to all passengers who are leaving us. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. We apologize for any inconvenience. Goodbye.